so und dementsprechend begrüße ich jetzt an der stelle noch mal alle leute auf youtube das hier ist mal wieder ein kleiner stream von mir und wir spielen heute das n64 spiel dinosaur planet moment werden sich jetzt ein paar leute von euch fragen dinosaur planet fürs n64 das kenne ich ja gar nicht ja das liegt eventuell daran dass das spiel später einmal bekannt wurde unter dem namen starfox adventures auf dem gamecube das spiel hatte eine relativ lange entwicklungszeit hinter sich und wir spielen jetzt gleich etwas dass er quasi in der in der blütephase von rareware entstanden ist denn damals auf dem n64 da war ja neben nintendo rare sozusagen mit einer der einzigen firmen die es irgendwie geschafft haben so ziemlich alles aus dem n64 rauszuholen die ganzen guten spiele von rare wir kennen sie diddy kong racing banjo kazooie golden eye oder indiziert was noch perfect dark naja gut die ganzen anderen sachen banjo tui donkey kong 64 man kann vielleicht auch über manche spiele geteilter meinung sein aber unter dem strich haben die uns auf dem n64 eine extrem gute zeit beschert und ja die haben sich an der stelle auch an einem action adventure versuch das ziemlich in die richtung von zelda gehen sollte eben dieses dinosaur planet und ja dann kam alles irgendwie ein bisschen anders dann war es nämlich so dass sie irgendwie irgendwann im entwicklungsprozess auch mal miyamoto anscheinend eingeladen haben und der hat dann mal so drüber geguckt und gesagt oder der eine hauptcharakter der erinnert mich aber irgendwie an fox mccloud hier von starfox und so wäre irgendwie total cool wenn dieses spiel generell starfox charaktere hätte ja dann haben die sich bei rare gedacht schönen dank miyamoto gut machen wir das ganze verdammte spiel halt nochmal und jetzt halt für den gamecube und jetzt halt mit starfox charakteren und das ist dann starfox adventures was ich übrigens nebenbei auf meinem kanal let's play das heißt das kann man sich da in gänze auch angucken nichtsdestotrotz haben sie natürlich auf dem n64 ein bisschen was entwickelt gehabt und dieses etwas ist jetzt ans tageslicht gekommen es gibt wohl so eine retro gaming community ich glaube die nennt sich forest of illusion und die haben wiederum so einem komischen typen aus schweden glaube ich so eine so eine disk abgekauft wo quasi das was wir jetzt haben als datei mit drauf war und dann haben die das irgendwie glaube ich so ein bisschen zumindest aufbereitet so dass das jetzt als handelsübliche rom spielbar ist so spielbar das spiel ist logischerweise nicht fertig irgendwann haben sie die entwicklung am n64 gedöhnt logischerweise eingestellt das heißt also wir werden es vermutlich nicht durchspielen können es ist ziemlich viel vorhanden es werden grafikfehler dabei sein die frame rate wird nicht hundertprozentig flüssig laufen aber das war auf dem n64 sowieso eigentlich fast niederfall also wir werden viele sachen sehen die unfertig aussehen aber nichts desto trotz es ist ein es ist ein interessantes stück software weil so kann man tatsächlich mal sehen was hätte sein können auf dem n64 und das ist definitiv interessant und deswegen gucken wir uns das ganze an an der stelle noch mal vielen dank an tim der mich am wochenende darauf aufmerksam gemacht hatte und ja deswegen spielen wir das ganze jetzt gleich so wir starten jetzt das ganze einfach mal neu hier so einmal zurücksetzen dann sehen wir das ganze hier noch mal von anfang an ja es flackert ein bisschen bla bla man muss im emulator übrigens das expansion pack aktivieren damit es läuft nintendo 64 also ohne expansion pack würde es nicht funktionieren rareware coole atmosphärische dschungel geräusche im hintergrund und jetzt in folgenden ja das ist der spielstand auswahl spielstand außerhalb bildschirm ich hatte ja schon mal spielstand angelegt aber wir fangen jetzt natürlich gleich was neues an ich habe auch wie gesagt die lang gespielt so nur ein zwei drei mal ausprobiert und naja wie gesagt jetzt fangen wir einfach mal an ich hoffe dass das sound okay eingestellt ist ansonsten müsst ihr mir gleich nach den ersten zwischensequenzen noch mal bescheid geben wir können es dann später noch mal anpassen so enter your name da sind wir natürlich ganz kreativ ich habe mich lax nennen können es sind fünf buchstaben bei starfox adventure hat man nur drei buchstaben unfassbar die haben an allem gespart in der gamecube-version naja gut film ab du die du ein nettes kfz kennzeichen ja in der tat so oder so ähnlich könnte einem das eventuell bekannt vorkommen sogar mit sprachausgabe der schott ist quasi eins zu eins übernommen so na dann super tolle kompression ja ja so sah anspiele damals noch mal aus was soll es wobei naja gut ist natürlich auch noch mal irgendwie emulator gedöhnt und so weiter also ganz so hätte es vielleicht damals nicht ausgesehen so ähnlich wie in starfox adventures am anfang werden wir vom luftschiff angegriffen und wir kloppen das luftschiff zu brei mit unserem super dino der irgendwie strahlen verschießen kann so ich mag die musik voll so 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 ok so 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 guten abend rebellen kätzchen läuft das bei dir auch so wenig rund wie man es hier sieht ich weiß nicht was du meinst für mich sieht das aus wie ein n64 spiel ne von der sache her dürfte es wirklich also ich weiß ich kann es jetzt wirklich nicht einschätzen wie ihr es meint also ich die framerate ist sehr late rare game also alles wie es sein soll okay gut alles klar ich habe mir schon sorgen gemacht also ich habe jetzt keine ausgelassenen frames oder irgendwie sowas in der art also von der sache her es dürfte ich greife es genauso ab wie ich es halt hier hab ich weiß nicht was ihr meint das spiel läuft gut das ist das ist ein sharp claw oh mein gott so tap or hold the z button to lock the camera onto him so press the a button to hit him with your sword press b button to dodge ok schön das war bei starfox adventures wiederum nicht so hier haben wir direkt zu anfang einen kampf logon feature wie bei zelda wir können herum tänzeln und wir können hauen so und ich kann ausweichen so ein bisschen rollen und so ähnlich wie zelda halt toll ding ding if you have picked up a magic gem they come in many different sizes and i used power magic spells just walk over them to collect okay Keep a look out as they are not only found on baddies So Ja Crystal sieht tatsächlich anders aus Ich glaube das kann man so festhalten Das ist halt Fun Fact Ich habe vorhin im Wiki gelesen Dass diese Crystal hier 16 Jahre alt ist Und die Crystal die wir in Star Fox Adventures kennen lernen Die ist 19 Jahre alt Ja Naja Was soll ich sagen Das ist aber nicht Star Fox Adventures Das ist das was dann Star Fox Adventures wurde Hallo Unreal Link These are energy eggs The shopclaws keep them hidden in crates and baskets Okay walk over them So genau Damit können wir unsere Energie wieder auffrischen Alles gut Sie hängt mich mehr an der Katze als einen Fuchs Ja Ja Naja Passt schon So mein Stab kann ich auch wieder einstecken Und ja Luftschiff Kennen wir die Szene Wobei auch hier dann gleich wieder ein bisschen was anders sein wird Was ist das? Weihここ jetzt Was ist denn Weih Crystal, ich kann nicht glauben, dass die Wieser-Bastin-Gerl eine schreckliche Worte gemacht hat. Wie Sie wissen, den Wieser? Wir haben nur ein schönes Mädchen gehabt, und er hat sich bereitgestellt, dass ich den Planen überrascht habe. Du wunderschön! Meine Mutter wird einen Arme gegen dich geben! Ah, ja, Prinzessin Gunn, deine Mutter. Als ich mit diesem ... animal habe, dann wird deine Mutter eine Beobachtung geben. Haha, ein tolles Versuch. Aber du musst mich töten, bevor du die Prinzessin schraubst. Ah, ja. Gut. Läuft auch ein bisschen anders ab als in Star Fox Adventures. Da werden wir ja vom Schiff runtergeschubst. Und dieser kleine Flugsaurier im Käfig, der hat, glaube ich, in Star Fox Adventures hat er ja so gut wie gar keinen Text. Da ist man ja eigentlich unter Deck gegangen und hat einen Schlüssel geholt und dann ist man wieder raufgegangen und wurde von General Skates verkloppt. Kannst du den Spiele-Sound etwas lauter machen? Sicher? Kann ich gleich, ja. Ich hätte gedacht, dass der Sound so okay ist. Du bist im Verhältnis ein gutes Stück lauter. Okay. Ich mach's gleich nach der Sequenz. Passust. Ich mach's gleich. Wiebgeist geht. Super seltsame Zwischensequenz übrigens Dauert halt einfach lange, ohne dass irgendwas passiert Oder irgendeiner was sagt Crystals Adventure Ich denke wir haben gestartet I'm sorry Kite, I can't open the page Also zumindest hier am Anfang sind sie nicht überspringen Aber wollen wir auch gar nicht Der komische Zauberer, der hier die ganze Zeit erwähnt wird Der hat auch absolut keinerlei Relevanz mehr in Star Fox Adventures Den gibt's dann nämlich einfach gar nicht mehr Ähm Ja So ich mach den Sound wirklich müh lauter Müh So Und ja Damit sind wir jetzt quasi beim richtigen Gameplay angelangt Uh okay So wir haben den Anfang Der kleine Flugsaurier hat einen Namen Princess Kite habe ich jetzt richtig verstanden Okay Ja gehört wohl irgendwie zu den Cloud Runern Kann ich mit ihr reden? Ne aber ich kann nicht anvisieren Das ist schön Na gut So wir können Kisten kaputt machen Wir können hier ein bisschen rumlaufen Und dann gucken wir mal Viel weiter habe ich jetzt selber noch nicht gespielt Das heißt wir müssen mal sehen Wie das jetzt so funktioniert hier Ähm Diese komischen Tentakelviecher kennen wir auch Kann man genauso schön kaputt machen Wie auf dem Gamecube Oh guck mal Hier so Platschplatsch Effekte und so Ist ja so ähnlich wie ein Banjo Kazooie Ähm Der Schatten unter mir ist Deko Keine Ahnung Er sieht so aus wie so eine Art Minimap oder so Die unter dem Charakter lang fährt Aber ich glaube es soll keine Minimap sein Ich bin mir unsicher was es tatsächlich darstellt Wir müssen jetzt einfach mal mit dem Grafikfehler leben Wie gesagt Äh es ist ein Eine nicht fertige Version Die niemals das Licht der Welt Das Licht der Welt hätte erblicken sollen Vermutlich Aber jetzt haben wir es trotzdem hier und deswegen freuen wir uns So Äh das alles Normalerweise wäre man jetzt hier in Star Fox Adventures Ja im Krasoah Palast Und würde sich dann irgendwie mit dem Mit dem Kult der Krasoah Geiste auseinandersetzen Das ist jetzt hier alles nicht der Fall Stattdessen suchen wir jetzt also einen komischen Zauberer Wohin auch mal das führen mag Oh Scharpclaw Das ist ja nett Unten links haben wir Eine Minikarte sehe ich gerade Wenn ich Start drücke haben wir einfach nur das hier Oben rechts ein Fortschrittsbalken Game Timer Der die ganze Zeit mitläuft Und wir haben drei so komische Sachen Die man sammeln kann Irgendwie weiß ich nicht So eine Art Steintafel Rechts so eine Art Geist Und unten ein Kaninchen Ich habe keine Stimme Wahrscheinlich sind diese komischen Kaninchen Die die Viecher Wo ich immer den Namen vergesse Diese Continue Viecher Aus Star Fox Adventures Können wir zumindest vorstellen So Log Eichen appears That means it can be interacted You can As you get closer You are now able to press Okay Also anvisieren Näher rangehen Ja Anvisieren Näher rangehen Es sieht eher so aus Als ob man hier irgendwas einsetzen muss Vielleicht finde ich unten noch was Moment Oh guck dir das mal an Diese wunderschöne Optik Wollte ja sagen War da nicht eben gerade noch eine Sonne Ich würde mir jetzt einen Sonnenaufgang oder Untergang oder sowas angucken Ich glaube auch hier gibt es Tag und Nacht Wechsel Ja genau Doch Es ist dunkler geworden Schön Dieser wunderbare leuchtende Sternenhimmel Diese vorüberziehenden Wolken Naja Gut Lassen wir das Der N64 Controller War ja die Geschichte noch mit Der hatte nur einen Stick Und ansonsten gab es halt nur die C Knöpfe So Mit den C Knöpfen kann ich nicht die Kamera bewegen Also außer ich drücke halt den C Knopf nach oben Dann komme ich in diese Ego Perspektive Ansonsten kann ich die Kamera halt So ähnlich wie in Zelda halt Nur mit dem L Knopf steuern Also indem ich dann die Kamera hinter Meinen Protagonisten zentriere So das hier sieht so aus wie ein unüberwindbarer Abgrund Aber tatsächlich ist einfach nur eine fehlende Textur So Okay Dann machen wir einfach mal weiter Oh was ist das denn Oh was ist denn Oh Hallo Oh nein Dino dead Oh nein Sie haben tatsächlich einen Dino umgebracht Was zur Hölle Okay Das ist Unschön Das haben die sich in Star Fox Adventures nicht getraut Das heißt du kannst interagieren Okay Du kannst log Ja Ja Okay Mit dir kann ich noch reden Ja Das heißt du kannst du nicht schlauern Oh 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 Try not to move The wizard will help you He can't help me Our king sent us here to protect him But scales A beard Noch ein Dino dead Scheiße Ein Kinderspiel Mhm Na gut Warum auch nicht Okay Alles klar Wir sind in unserem ersten Tempel Lalalala Äh Hat er ja mit Crystal gesagt Klang so So Ah ich möchte dich hauen So Okay die bisschen auch nur zum kaputt machen Wisst ihr ihr nennt das niedrige Framerate und ich nenne das Früher war es Alltag So Ich brauche irgendwas zum draufstellen Aber was Oder Halt einen Moment Hier Aha Sieht ein bisschen unscheinbar aus Aber nur gut Crystal Gib mir eher Flashbacks zum neuen Hyrule Warriors Hm Vielleicht ähnlich Crystal Ja sehr gut Wie oft will ich meinen Namen noch sagen Hallo Wer sind sie mein Herr Ist das Meister Splinter von den Turtles Und Randall Was hast du you Es war Skales Aber ich werde gut sein. Und was für dich? Kein Problem mit mir. Du hast mir gut gelernt. Du hast die Prinzessin gezogen? Ja, aber sie ist in einem Kabel auf der Galleon. Mein Lieber, der Dinosaur-Planet ist in extremem Gefahr. Du musst das nehmen. Das ist mein Spellbuch. Ich wollte gerade sagen, es ist ein sehr dünnes Buch, aber es wird wenigstens erklärt. Du hast deinen ersten Magik-Spell gekauft. Aha. Projektile-Spell. Mit Kraft aus den Magik-Crystallen kann dieses Spell für viele Aufgaben benutzt werden. Guten Abend, Wuthit. Um ein Spell zu kasten, press den leften C-Button, um das Menü zu aktivieren. Press the left C-Button again to highlight the spell you want to use. Then press the A-Button to cast it. Once the spell is active... Okay. If you need to use it quickly, hold down. And we'll be ready. Okay. They must be scattered all over the planet by now. If you find a page, and have collected enough magic energy, you can use this spell. I'll look out for them. Though you don't have to worry about scales anymore. It's not scales I'm worried about. Let me tell you about the history of Dinosaur Planet. When time was just beginning, a race known as the Krizoa ruled this world, and much of the universe. Though in a great battle, they and much of the universe were destroyed. And from this destruction came life. The dinosaur's god, the great Khmeria Dragon, created this world. And since that day, life has been good. At least until General Scales unleashed his army. But there's something else. The King Earthwalker had discovered this sacred place. And began to think the ancient texts were hiding something. Maybe the history of the planet was wrong. You must go to Discovery Falls. You'll find some answers there. But what about you? And how will I find this place? As long as I stay here, then I'll be fine. The magic within this place is keeping me alive. Search this chamber for an object, and use it to escape from the mountain. This will take you to a friend of mine. He'll direct you and the Princess to Discovery Falls. So, Moment. Äh. Äh. Ah, gut. Alles klar. Ich war jetzt gerade irritiert, wie ich da wieder rauskomme. This is a magic crystal plant. Weiß ich. Drop it. Ja. Weiß ich. Will ich doch machen. So. Okay. So kriegen wir nämlich ein bisschen magische Energie zurück. Ähm. Und jetzt? Hätte ich gedacht, dass ich mit meiner neuen Magie irgendwas machen muss. Aber. Aber was muss ich denn hier treffen? Das doch vielleicht? Äh. Wenn man's trifft. Mhm. Ja, so ähnlich. Hm. Scheint aber auch nicht richtig zu sein, oder? Das wär ja in bestimmten Zwischensequenz voll gut gezeigt worden, wenn's nicht immer weggeklippt wär. Was man jetzt eigentlich tun muss. Also in Star Fox Adventures ist hier normalerweise eine Plattform, die einen nach oben bringt. Vorher muss man aber eigentlich durch diese Tür gehen, die sich in Star Fox Adventures allerdings auch auf magischem Wege automatisch geöffnet hat. Deswegen jetzt gerade meine Verwunderung. Es tut mir leid. So. Die Pflanze wächst immer nach, damit man immer wieder neue Energie bekommt. Das ergibt furchtbar viel Sinn. So. Achso. Die Tür geht automatisch wieder auf. Halt, Moment. Aber dann. Ne. Du gehst nicht automatisch auf. Schade. Kann ich dich nochmal fragen, was ich tun muss? Crystal. Es gibt keine Zeit, um zu verbrauchen. Du musst gehen, um eine Form zu finden. Okay, jetzt hab ich's gesehen. Das schwarze hier, das ist eigentlich ein Schalter. Ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Guten Abend, British. You have collected your first object, a warp crystal. This crystal is used to power the warp from Warlock Mountain. To use an object, press the right C button. Okay, press. Sometimes you might try to use the wrong object at the wrong time, but don't worry. It will stay in your object menu until you find the right place to use it. Sehr gut. So. Aha. Itemmenü. Funktioniert hier nicht. Kann es sein, dass ich den jetzt aber dorthin bringen muss, wo wir diese eine Vertiefung gesehen hatten? Das wäre jetzt zumindest mein Verdacht. Oh, guck mal. Moment. Äh, äh, nein. Halt. Hä? Bleiben die dann dauerhaft deaktiviert? Ich hoffe. Weh, ich muss mich beeilen. Lalalalalalala. Lalalalalalala. Sehe schon richtige kleine Rätsel, mit denen man hier konfrontiert wird. This being your Star Fox Adventure ist auch nicht gewohnt. Oh. 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 Kate! ja gut hätte sie sich aber vielleicht auch denken können dass das passiert ich finde es interessant dieses feature von general scales dass er sich irgendwie teleportieren kann hier viel mehr gefeatured wird also spricht dass es gleich von anfang an irgendwie eine rolle spielt das kam einmal in der zwischensequenz in starfox adventures vor dieses weg teleportieren und in dem moment hat man sich auch noch gefragt warum kann der das jetzt auf einmal ist für mich ein bisschen einfacher nachzuvollziehen wenn hier einfach mal so präsentiert wird dass er das einfach kann weil er so einen super tollen gürtel hat den gürtel der teleportation so okay hier vielleicht das ding einsetzen ja als ob ich schon mal ein video spiel gespielt habe okay und wo war das jetzt muss ich wieder zurück rennen oder was war das die tür beim zauberer die dann aufgegangen ist muss ja okay das ist naja wenn ihr meint der andere dinos auch spontan verschwunden der hier noch so ein bisschen rum lag das ist nicht schön so okay halt moment hier nee welche tür waren das jetzt durch bescheuert sie kann hier übrigens nicht hochklettern welche tür waren das bin ich so blind dieser schatten von crystal erinnerte noch mich an alte diskette ja ich weiß was du meinst wie gesagt ich habe es für eine unfertige mini map gehalten die man unter sich irgendwie aufbauen kann so ähnlich wie bei turok ach so moment hier vielleicht die tür ich bin ja auch ein schnups ja genau hier die tür alles klar das ergibt schon mehr so so viel zu ich habe schon mal ein video spiel gespielt das krasse symbol haben sie eins zu eins zu übernommen das ist genauso auch wie in starfox adventures okay okay oh jön kring ranger my name is ruffel and i'm a swap stone to swap to save as adventure or go to warlock mountain then come and visit me i'll show you how my magic works Nein, nein, warte! Ich habe zu finden, Discovery Falls. Du hast viel Zeit für das tun. Ich zeige dir, wie das Schwab funktioniert. Jetzt, jetzt! Nicht Angst! Crystal's Freund Saber ist auf der anderen Seite des Planeten. Um das Spiele zu beenden, musst du beide Charakteren zu beurteilen. Um das zu tun, musst du mich oder meinen Schwabbruder Rocky besitzen. Entsteht ihr? Gut, jetzt, wir gehen mit Saber. Ich hoffe, Randon ist richtig über dieses Ort. Wenn der Prinz nicht aufstehen, denke ich, dass ich zu sterben werde. Hm. Oh nein, Tricky! Oh nein, Tricky! Okay. Sehr gut. Guten Abend, Killua! Und hallo, Saber, also known as Fox McCloud. Gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden. Irgendwie. Aber stimmt, wir haben ein Schwert. Wir haben ein geiles, geiles Schwert. Nicht irgendwie diesen, äh, sicherlich auch tollen Kampfstark. Aber, äh, wir, wir haben ein Schwert. Und, äh, wenn das mal nichts ist, dann weiß ich auch nicht. So. Das Gesicht sieht echt gut aus. Ja, ich finde auch seine Klamotten sehen gut aus. Also, so wie er modelliert ist und so wie er das Schwert in der Hand hält. Also, ich finde das richtig cool. Das ist aber schon das Fox Model. Ja, stimmt. Genau. Ich weiß nicht genau, wann sie, äh, umgeschwenkt sind. Also, diese Version, die wir hier spielen, die soll wohl vom 1. Dezember 2000 sein. Ja. Und zwei Jahre später, knapp, kam Star Fox Adventures auf dem Cube raus. Also, hm. Man könnte fast meinen, er sei der Protagonist. Aber nur ein wenig. Na gut. So, ähm. Ja, lustige weiße Texturen überall. Ähm. Oh. Du kannst auch tatsächlich mal Sachen hochklettern. Oh. Düp-dü-düp. Oh, das könnte gleich lustig werden. Mal gucken. Uh. Interessant. Ja. Wir sammeln erstmal ein bisschen magische Energie. Kann ich nicht schauen. Wobei ich mich frage, ob Saber dann jetzt dieselben Sachen beherrscht wie Crystal. Kann er ja eigentlich nicht. Doch. Er hat auch den Inferis-Zauber. Einfach so. Aber kann er den auch einsetzen? Kann er. Mit was schießt er das jetzt? Aus seiner Hand. Na gut. Okay, dann kann er das einfach. Lupp-dü-dü. Aus der Schwertspitze. Ja. Das vielleicht auch. So. Okay. Ähm. Dann schießen wir da jetzt drauf. Es ist Skyward Sword. Das könnte so eins zu eins auch heutzutage noch auf der Switch rausbringen. Für 60 Euro. Keiner würde sich beschweren. Die Leute würden noch 80 Euro für die Collectors Edition bezahlen. Ah shut up. Okay. Die Leute würden wieder nach Hause kommen. Hey, warte. Dürfen wir uns echt eine Speeder Bike Session machen? Oh Gott. Das ist ja geil. Okay. Hm. Ja gut. Warum auch nicht? Ich traue mich nichts dazu zu sagen. Hoffen gesagt. Ist ganz witzig. Ja. Äh. Der ganze Anfang war eigentlich. Also. Naja. Es war nicht komplett anders Killua. Aber es war schon sehr viel anders. Also der ganze Abschnitt mit Crystal. Und hier wurden wir jetzt auch einfach so reingeworfen. Sag ich mal. Das heißt die ganze Vorgeschichte mit Fox. Die hatten wir jetzt gar nicht. Huh. La da da. Was muss ich jetzt eigentlich gerade hier tun? Wahrscheinlich einfach schneller sein, ne? Oder ist es wieder total egal? Ich mein sterben kann hier scheinbar sowieso nicht. Ich hab keine Energieanzeige oder sowas in der Art. Gehen wir einfach davon aus, die weißen Texturen sind Schnee. Ja. 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 Das finde ich ja interessant. Die Di 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 Oh. Hunde paddeln oder Fuchs paddeln. Je nachdem. Lalalala. Okay. Interessant. Ob er hier auch schon seine Farbe ändern kann? Mal gucken, ob wir einen Ball finden. Oh, wow. Ich liebe solche Gegner. Die einfach aus dem Boden auftauchen. Oh, schaut mal. Halt. Pilz. Pilz. Komm her. Das ist ein bluerer Gemüse. Sie sind den Lieblings-Favoriten. Du musst sie zu deinem Besuchern trinken, wenn du sie für dich etwas machen willst. Sehr schön. Mal gucken, wann würde ich auch tatsächlich mal brauchen. Gehen wir erst mal weiter, ne? Es wird ja schon spät. Lalalala. Okay, hier ist nix. Aber so ist auch relativ, äh, also, beziehungsweise, es ist wenig auf dem Bildschirm zu sehen, ne? Also, bis auf die Karte unten links. Die Lebensenergieleiste und so. Das wird alles erst eingeblendet, wenn ich, ja, also zum Beispiel so mache. Oder wenn ich in Kampfmodus gehe. Okay, was auch immer das sollte. Okay, 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 ich bin sorry. wir haben den ball gesehen aber den haben wir nicht sofort schade die nennt er selbst so ja ja boy oder was sagt er ja hoi na gut so mehr pilze mehr zum schießen das geht doch bestimmt oder ja das ist tot gegangen sein okay so moment guck mal hier ist jetzt was dazu gekommen okay und wie kriegst du practice ich meine practice kriegt man normalerweise durch ausprobieren also macht doch einfach na gut ich habe keine ahnung was für komischer sound eben war so oder kann ich dich generell erst mal mit pilzen füttern sehe ich irgendwo deine pilzenergie na gut dann nicht so was haben wir noch hier hinten kann man scheinbar hochklettern okay das ist ja auch eins zu eins wie in starfox adventures allein die animation das ist ja super cool äh geld das ist ein scarab die sind die currency auf dinosaur planet die währung watch out okay ja toll ganz viele scarabs eingesammelt ich habe mich nicht wo sehe ich die schade schade schnups schnups knurrt er die ganze zeit wie so ein hund schnups knurrt er die ganze zeit wie so ein hund Kann ich nicht mit dir reden? Jetzt sag mir nicht, weil es Nacht ist, pennt der. Mit offenen Augen. Guten Abend, Blick Onilink. Und danke für das Abo. Tricky, kannst du das hier vielleicht ausbuddeln? Es ist zu tief. Ich brauche mehr Praktik. Was ist das hier? Hängt da was? Also, wenn da etwas hängt, komme ich nicht ran. Das ist strange. Es ist noch vom letzten Abo. In zwei Tagen kann ich das wieder... Ach so. Erst hat sich aufgestanden. Es ist toll, wie dieses Feature... Naja, gut. Okay. Sich ewig und drei Tage durch die Entstehungsgeschichte dieses Spiels gezogen hat. Dieser verdammte Tag-Nacht-Wechsel. Sollte es damals auch schon ein Fuchs sein oder nur irgendein Fuchs? Na, ursprünglich sollte es nur irgendein Tier sein. Aber, äh, das jetzt mittlerweile hier in dem Entwicklungsstatus ist schon Fuchs. Er nennt sich auch selber so. So, äh, guten Abend Spinat-Tasche. Mhm. Geht mir auch oftmals so. Ja, gut. Äh. Und nun? Damit kann ich jetzt auch nichts anfangen. Damit komme ich nämlich nicht... ...hier hoch. Ich brauche hier irgendwie den Block. Da hinten kann Tricky eventuell noch buddeln. Ach so, oder ansonsten können wir hier gleich noch hochklettern. Äh... Gut, jetzt hat er was gefunden. Alles klar. Gut, wir haben alten Lederball gefunden. Super. Sehr schön. Gut, Tricky. Da wir jetzt sowieso nichts zu tun haben und Gegner offensichtlich nicht respawnen, was ich sehr begrüßenswert finde, dann können wir jetzt ja auch irgendwie eine halbe Stunde spielen, oder? Okay, er gibt dieselben Quietschgeräusche ab. Das ist schon mal sehr sympathisch. Mhm. So. Oh, du ehrwürdiger... ...Prinz. Dieses... ...Planeten. Los, bring mir den Ball. Bring ihn mir. Er wirft den Ball hier viel weiter als in der Gamecube-Version. Also theoretisch müssen wir das jetzt... Okay, das ist... Das ist doof, dass man das immer wieder neu auswählen muss. Ähm... ...theoretisch müssen wir das jetzt zehnmal machen, damit wir überprüfen können, ob er wieder die Farbe wechselt. Oder meint ihr, das ist mit Training gemeint? dass er irgendwie erstmal deswegen haben wir jetzt den Ball ausgebuddelt, damit er irgendwie ein paar Muckis bekommt und damit er dann die anderen Sachen ausbuddeln kann das wäre ja witzig Blups, Blups warum muss ich den Ball aber sowieso nochmal warum muss ich den Ball halt nochmal auswählen wenn er oder nochmal aufheben, wenn ich ihn sowieso auch aus dem Menü wieder heraus aktivieren muss hat irgendjemand mitgezählt das fünfte Mal also zur Erklärung für diejenigen die man Star Fox Adventures Let's Play nicht gucken ich weiß nicht genau wer von euch das nicht guckt ich weiß nicht genau wer von euch Star Fox Adventures nicht kennen sollte Star Fox Adventures ist echt ein cooles Spiel es hat so seine Macken aber es ist ein echt cooles Spiel so und in Star Fox Adventures gibt es auch so einen Ball den kann man sich dort allerdings kaufen im Bazar und damit kann man dann auch mit seinem Begleiter Tricky spielen und der Ball hat in Star Fox Adventures nur die einzige Bewandtnis dass wenn man ihn 10 Mal geworfen hat und Tricky ihn 10 Mal wieder zurückgebracht hat dann wechselt Tricky die Farbe und er wird immer hässlicher möchte ich dazu sagen also eigentlich ist seine Grundfarbe noch mit die schönste ich war da ein bisschen schockiert darüber aber nun gut weiß man ja im Vorfeld nicht ne es gab bisher noch keine Währung im Spiel doch die Scarabs die wir jetzt eingesammelt haben ich sehe halt nur keine Anzeige wie viel ich davon habe ist auch die Frage ob es so was wie Geldbeutel gibt oder so oder ob ich einfach 999 Scarabs sammeln kann Kein Schimmer Nein Ich habe wirklich nicht mitgezählt Ich hätte jetzt geschätzt, dass das das 8. Mal ist Ich musste nicht wieder aufheben Gut Sehr, sehr gut So, einmal machen wir noch, dann ist es mir auch zu blöd Und dann können wir nochmal ausprobieren, ob ihr jetzt die anderen Sachen ausbuddelt Ah, ok, passiert nichts Keine Ahnung Eventuell soll es für etwas anderes sehr gut sein So, erstaunlich Das war auch für die Katz Guten Abend, Mika-chan Moment Vielleicht kann er das hier ausbuddeln Halt, nein Tricky Tricky Oh, mein kleiner Dino Los, schnüffel und such Fein machst du das Wird er aggressiv, weil ich ihm gehauen habe Oder fast gehauen habe Das ist ja interessant Danke für das Abo, Mika-chan Vielen, vielen Dank Ähm Hä? Ich verstehe es jetzt leider nicht so richtig, was ich hier tun soll Weil ich die Bodentexture halt nicht sehe Ich weiß jetzt nicht, was es darstellen soll Also ich kann es nicht anvisieren, wie es scheint Der wird ja echt aggressiv, wenn man ihn haut Dass man ihn überhaupt hauen kann, ist natürlich auch so die Sache, aber Wow Kleiner, aggressiver Dinosaurier Gut Jetzt buddelt er die Sachen aus Hm Äh Sollte jetzt was passieren? Wenn ja, verdammt Oh, oh Wann hast du zuletzt gespeichert? Noch nie? Hoppla Ähm Ähm Ah, guck mal Ich kann speichern Also ich bewege mich, passiert nichts Menüs kann ich scheinbar öffnen Weil ich höre den Soundeffekt Ja, gut Okay Müssen wir nochmal versuchen, den Laden zu laden Und hoffen, dass es, äh Dass es wiederkommt Oh, oh Ja, gut Also die Leute, die es bereitgestellt haben Und zum freien Download zur Verfügung gestellt haben Die haben mit dazu geschrieben Äh Dass man es So wie es jetzt ist Nicht durchspielen kann Und dass da noch ein bisschen mehr Arbeit irgendwie dazu gehört Aber ich hatte schon gehofft, dass wir zumindest, äh Den Abend damit füllen können Previously on Dinosaur Planet Das ist ja geil Okay, das ist ähnlich wie in Star Fox Adventures Und da werden nämlich einem auch die letzten drei Sachen angezeigt Die man in seinem Spielstand gemacht hat Das ist ja geil Oh, guck mal Wir sehen wieder was So Wir sehen wieder was Jetzt muss ich eventuell alles wieder machen Aber Aber Ist doch nicht schlimm Ich glaube, das sollen einfach nur irgendwelche komischen Verzierungen sein Oder so Die da an den Bäumen hängen Die sind ja überall hier Die sind ja überall hier So So Okay Ich könnte das Ding wieder hochheben Wir buddeln erstmal das hier aus Nein So Stell ihn nicht so an So Sei ein braver Dino und buddeln mir das jetzt aus Hopps Lalalala Ah Alpine Root Snowhorn Food Gut Versuchen wir jetzt nochmal das andere einzusammeln Weil ich brauch's bestimmt auch Ja Okay Alles klar Hat funktioniert Perfekt Spiel überlistet Alles gut Alles super Man kann das Spiel durchspielen Weee Sehr gut Seht ihr Man darf nur nicht aufgeben Und schon werden wir mit allen Situationen fertig So Es ist auch Tag hell Das heißt wir können mit dir hier reden Alles super So Guck mal Ich hab was für dich Glaube ich Ja Guck mal Ich geb dir noch was Guck mal Ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Hier bist du, mein Junge. Das ist ein Map von der Schneehorn-Waste. Du kannst Mapen von anderen Triben sammeln. Ich bin sicher, dass sie auf euren Abenteuer sein werden. Die größere Geldbörse gegeben. Damit man mehr Scarabs mit sich rumtragen konnte. Jetzt verteilen wir Karten. Auch nicht schlecht. Ah, guck mal. Tut sie jetzt was? Ah. Seht ihr? Das ist nämlich eigentlich eine Höhle, wo ich runter muss, um ein Upgrade zu bekommen. Dachte ich zumindest. Bekomme ich hier ein Upgrade oder bekomme ich hier keins? Also normalerweise sind das die Upgrade-Höhlen in Star Fox Adventures. Warum jetzt hier in der Mitte nur so eine komische Pflanze steht, weiß ich nicht. Muss ich irgendwas tun? Das ist ja seltsam, dass die... Dass die Pflanze da so... Keine Ahnung. Wenn es wichtig ist, dann werden wir früher oder später bestimmt drauf hingewiesen. Hoppla. Das ist ein sehr schöner Übergang. Ach ja. This Block can be pushed or pulled. Jo. Jo. Okay. Äh. Sehr gut. Das ist ein sehr großer, massiver und schwerer Block. Das braucht halt seine Zeit. So. Hm 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 hm. Ah. Okay. So. Gut. Mal gucken, ob Tricky auf magische Art und Weise auch hier wieder hinterher kommt. Aber vermutlich ja schon. So. Ja. Ja, sehr gut. Ich scheine keine Lebensenergie zu verlieren, wenn ich hier ins Wasser falle. Also in Star Fox Adventures war es so, dass das Wasser zu eisig war. So, dass man dann kontinuierlich was verloren hat. Ganz toll. Äh, hier wohl scheinbar nicht. Oh, doch. Sehr gut. Ja. Ich möchte raus hier, ich möchte raus hier, ich möchte raus hier. Er kann übrigens nicht schneller schwimmen. Sind die Äpfel im Wasser? Mich hätte halt interessiert, was da drin ist. Das ist bestimmt nicht der richtige Weg, aber ich würde es gerne ausprobieren. Er hält sich gar nicht dran fest. Gut, okay. Dann halt nicht. Vielleicht sollten wir zu gegebener Zeit dran denken, äh, immer selber zu speichern, oder? Nur so aus Prinzip heraus. Geht ja auch relativ flott. Deine Apfel anzeigen den Trapide ab. Ja, ja. Zu einer Wahrscheinlichkeit. Meint ihr, sie werden Fall fixen? Sodass sie weniger sagt? Oder sie wird noch viel mehr sagen. Ich komme hier nicht hoch. Sie werden rein gar nichts machen. Nicht immer so pessimistisch, Leute. Hallo, Faura. Sei uns gegrüßt. So. Es ist wieder mal soweit. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Hat es irgendwas dort, mit dem dort hinten zu tun? Wir haben hier Äpfel, die immer wieder runterfallen. Wir haben Äpfel, die immer wieder runterfallen. Und wir haben hier einen komischen Baum. Ah. Was soll das mit diesen Äpfeln? Die werden immer erstaunlich schnell reif. Oder? Was ist das für ein seltsamer und interessanter Baum? Dino-Früchte. Sometimes you have to shoot them. Walk over them. Aha. Füllen die Energie wieder auf. Sehr gut. Gut. Ja. Das heißt, wir bleiben jetzt im eiskalten Wasser. Um. Um Früchte zu sammeln. Ergibt Sinn. Gut. Ist der Nightfox MacLeod hier auch mit dem Arving angekommen? Wissen wir noch nicht. Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, nein. Ich weiß nicht, was ich da eingesammt habe. Das wäre taktisch unklug, wenn die das morgen erzählen. Machine Play. Denn es gibt sowieso keine Playstation 5 Konsolen, die man sich kaufen kann. Von daher. Die müssen jetzt irgendwie ein Spagat schaffen zwischen, ähm, Leute, nicht zu hungrig auf die Playstation 5 machen, aber gleichzeitig die vorhandene Userbase nicht zu sehr vor den Kopf stoßen. Heute gab es ein größeres Kontingent bei Saturn. Oh, das ist natürlich fein. Er hält sich nicht dort fest. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es könnte natürlich sein, dass irgendwas mit dieser Textur dort recht zu tun hat. Das ist viel besser. Das ist viel besser. Also, aber, wenn ich jetzt was verschieße, passiert ja auch nichts, ne? Da wird ja wohl nichts sein. Nee, das ist zu hier. Aber, das ist trotzdem irgendwie strange. Tja, wenn die mir hier magische Energie zur Verfügung stellen, hm. Ja, müssen wir ja schon denken, dass aber... Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich bin zu blöd für ein N64-Spiel. Vielleicht springe ich auch einfach nur zu doof. Hm. Äh. Ja, gut. Er hängt fest. Ich kann mich nicht bewegen. Gut, äh, ja. Äh. Nun. Ah, guck mal. Das ist ja lustig. Wenn man den rechten Trigger drückt, oder... Ja. Einfach R. Dann werden einem die ganzen Sachen hier angezeigt. Cool. Ja. Äh, schön. Versuchen wir das Ganze doch bitte nochmal. Bitte. Loopti-duopti-duopti-duopti-duopti-duopti-duopti. Ich habe mich schon gefragt, wie weit wir überhaupt kommen. Ich wäre gerne wenigstens zu Earthwalker-Königin gekommen. Oder zum Thorntail-Tal. Den Händler hätte ich gern gesehen. Sofern es das alles hier überhaupt gibt. Oh. Ja, gut. Das Spiel hat interessante Rücksetzpunkte, wenn man gespeichert hat. Aber zumindest die Items und so, die bleiben wohl gespeichert, oder? Ich denke mal schon. Oder? Drei Pilze? Hatte ich drei Pilze vorhin? Der Block ist gespeichert geblieben. Sehr gut. Dab, 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 dab. So. Sehen wir das Ganze nochmal. Nochmal. Nochmal so. Also theoretisch müsste er das schaffen. Denke ich mir so. Jetzt sag mir nicht, dass hier irgendwo ein Schalter ist, oder so. Den ich vielleicht auch erst betätigen muss. Hier wird kein Schalter sein. Aha. Er will einfach nicht. Halt, Moment. Das hier sah eben gerade ein bisschen komisch aus, oder? Die eine Textur da. Kann sein, dass ich da was machen kann. Kann sein, dass Tricky hier was machen kann. Ja. Gut. Ja, das konnte er an Star Fox Adventures halt auch. Das hat man aber zuerst nicht gesehen. Das tut mir leid. So. Danke dafür. Diese Geräusche. Das klingt wie, wie sehr arme, bedauernswerte kleine Hundis. Ich kann das nicht gut heißen. Ach, guck mal. Das ist ja süß. Ich glaube, die Stelle, wo wir das hier in Star Fox Adventures sehen, die kommt erst noch in meinem Let's Play. Das ist eine sehr schöne Stelle. Ihr werdet euch freuen. Sehr gut. Du, du, du. Macht Tricky die ganze Zeit auch diese Hunde-Geräusche? Dieses Wuff, Wuff. Okay, irgendjemand bittet um Hilfe. Inwiefern unterscheidet sich das jetzt von Star Fox Adventures bis auf die Erscheinungsplattform? Die Art, wie er die Areale aufgebaut sind. Die Tatsache, dass man theoretisch zwischen Crystal und dem Helden hier hin und her wechseln kann. Und wahrscheinlich noch diverse andere Kleinigkeiten, andere Personen, andere Begebenheiten. Sicherlich ist vieles übernommen, aber wir hatten jetzt auch schon einige Unterschiede. Auch dieses Gebiet hier, wo ich jetzt gerade zum Beispiel bin, das betritt man am Anfang noch gar nicht. Also da kommt man erst eigentlich viel später hin, wenn man das zweite oder dritte Mal in der Snowhorn-Tundra ist. Ich kann diese Hunde-Geräusche nicht ernst nehmen. Tricky, komm, lass. Wir spielen jetzt nicht weiter. Das ist ja furchtbar. Ich will immer nach oben drücken, aber wenn ich nach oben drücke... Aber wenn ich nach oben drücke, dann geht er halt in die Ego-Perspektive. Beim GameCube-C-Stick konnte ich das, wenn ich im Menü drin bin. Nach oben drücken. Scheinbar hat der Fox hier auch noch ein Schwert statt Crystals Stab. Richtig. Weil... Okay, ich habe keine Ahnung, was er hier ausgebuddelt hat. Ähm, weil Crystal in der Öffnungssequenz auch gar nicht ihren Stab verliert. Also hier nicht. Dup, dup, dup. Däh, däh, däh. So, mit euch kann ich jetzt natürlich nicht reden, weil es Nacht ist. Hier auf der rechten Seite ist eigentlich so ein komischer Torwächter, dem ich Scarabs in die Hand drücken musste. Stattdessen ist jetzt hier nichts. Oder wieder ein Loch. Wieder ein Loch. Oh ja, Lebensenergie wird vielleicht nicht verkehrt, ne? Zumindest ein bisschen. Und das Schwert sieht echt cool aus. Also... Weiß ich nicht, gefällt mir. Fast ein cooleres Design als das Master Sword aus Ocarina of Time. Ah, guck mal. Das ist der Torwächter, den ich meinte. Hi. Oh. Ja, sehr gut. Kann ich auch mit hier nochmal reden? Nee. Oh. Oh. Ähm... Ja. Interessant. Gut. Alles klar. Ich war jetzt halt so irritiert, weil normalerweise in Star Fox Adventures verhandelt man mit dem. Dann drückt man dem ein paar Scarabs in die Hand und dann ist der total gut mit einem. Der hier will mich jetzt einfach nur verkloppen. Kann ich wirklich nicht anders mit dir interagieren? Geht weg. Geht weg. Geht weg. Ja. Ja, gut. Okay. Mammutsreden. Das dürfte dann jetzt auch der Grund sein, warum wir den hier die ganze Zeit hören. Ja, ist nicht zu überhören, offensagt. Aber ich kann wohl scheinbar nichts dagegen tun. Diese Mammuts sehen alle aus wie Baby-Mammuts. So, ja, äh, ignorieren wir den Leader dann einfach mal. Und hauen ab. Scheinbar kann ich da sowieso momentan nicht helfen. Ich weiß nicht genau, was wir dem komischen Wächter da geben müssen. Vielleicht müssen wir dem irgendein Item oder so dann später in die Hand drücken. Und... Thorn-Tail-Tile? Thorn-Tile? Swap-Stone-Holo. Auch gut. Läuft aber aufs selbe hinaus, glaube ich. Es sieht zumindest ähnlich aus. Ach, das sind die Bombensporen bestimmt, ne? Moment. Kann ich das... Okay, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Die funktionieren eigentlich ein bisschen anders. Aber gut. Alles klar. Das ist sehr schön. Okay, hier pennt nur wieder einer. Ähm, hier hinten ist... Kein Weg. Mondbergpass existiert nicht. Wie es aussieht. Oder doch. Ne. Da komme ich. Okay. Dir scheint es einige Grafikwax zu geben. Nö, nö, das muss so. Das sah schon immer so aus. Das weiße ist Schnee. Das passt schon. So. Äh. Oh. Lass mich raten. Ich soll hier nicht schwimmen? Will mir das Schild das sagen? Hier müsste eigentlich irgendwo der Zugang zur Earthwalker Königin sein. Aber offensichtlich nicht. Dann halt nicht. So, das sind die ganz normalen Pilzen, ne? Tricky. Ist wohl noch nicht so fertig. Ne. Aber ich meine es aus dem Jahr 2000. Also so langsam aber sicher könnten die mal fertig werden, ne? Gewissermaßen. Wasserfall mit Rissen? Kann man da eine Bombe legen? Das sieht irgendwie strange aus. Äh. Gut. Ah, der versperrte den Weg. Also hier kann man definitiv eine Bombe legen. Aber wie kriege ich die Bomben sporen? Gehen wir erstmal weiter. Irgendwann wird schon einer sagen, hey, nicht hier lang. Jetzt zum Beispiel. Oh. Unsichtbare Barrieren. Hm, ich liebe sie. Sehr gut, sehr gut. So, hier können wir ein bisschen sowas einsammeln. Ähm. Ich würde gerne so ein Ding einsammeln, was die halt ausspucken. Aber wie kriege ich sowas? Jetzt vielleicht. Aha. Jetzt habe ich was eingesammelt. Moment. Äh. Nein. Nein. Äh. Ich möchte doch einfach nur... Ah. Jetzt auf einmal sind das alles Pilze hier. Kann ich das irgendwie... Nee. Oder doch? Äh. 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 Ich check's nicht. Warum habe ich zwei verschiedene Pilzarten jetzt noch hier? Nein. Nein. Also schon mit der Feuermagie auf die Bomben geschossen. Ja, und dann sind die in 1000 Teile zersplattert. Ich muss die Dinger wohl so einsammeln. Dauert halt nur drei Stunden, bis die mal runterkommen. Oh, ja. Und apropos runterkommen. Sobald sie dann tatsächlich auf dem Boden ankommen, dann sind die auch sofort weg. Oh Gott, herrlich. Kann ich einfach so auf dich draufhauen? Nein. Selber Effekt. Geht einfach kaputt. Sehr schön. Könnte ich in Nacht bitte mal vorbei sein, damit ich mit dem Thorn-Tail auch einfach mal reden kann? Ja, Tricky ist gut. Es tut mir leid, dass ich da einen Lieblingsbaum angegriffen habe. Mein Gott. Warum fliegen die Dinger so beknackt? Wie sollen wir denn hier vernünftig was einsammeln? Das ist so seltsam. Ist hier hinten noch was? Das sieht nach einem Durchgang aus. Oh. Oh, ich glaube, wir haben Tricky's Mama gefunden. Hi. Tricky, was ist passiert? Es war die Scharpklau. Sie kamen hier, nachdem ich gebrannt wurde. Sartan, ich bin nicht gut. Du musst... Find mir ein Remedy. Wir müssen 10 weißen Muschroo. Das ist eine Medizin für Earthwalkers. Und das dürften ja dann die sein, die hier einfach so in der Gegend rum stolpern, oder? Die spannende Frage ist, tauchen die einfach so wieder auf, oder? Wo soll ich nach denen suchen? Ich glaube nämlich nicht, dass die einfach so wieder auftauchen. Ah, guck mal da. Moment. Jetzt ist zumindest wieder Tag. So, hi. Äh. Hallo? Bitte? Bitte? Ich will dich nicht hauen. Äh. Ich will doch nur mit dir reden. Ein evil creature lebt in Wille. Was? Ein evil creature lebt in Wille. Ich glaube, der Text passt nicht zum gesprochenen zusammen. Äh. Na gut. Nicht schlimm. Äh. Wir... Wir denken uns unseren Teil. Alles klar. Schon in Ordnung. Die haben ihre Dino-Sprache hier, oder? Ich weiß es nicht. Bislang eigentlich nicht. Hm. Ich verstehe... Jetzt ist... Das ist toll. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Das hat... Es hat funktioniert. Und... Aha. Alles klar. Gut. Und so kriegen wir unsere restlichen... Das... Das ist schön. Also, die setzen jetzt an der Stelle einfach voraus, dass man das mit den Bombensporen irgendwie drauf hat. Oder vielleicht sagt der eine, ist da hinten jetzt noch. Wenn nicht, dann... Weiß ich auch nicht. Ja, es ist aber trotzdem beknackt, dass die Dinger sich so dämlich sammeln lassen. Das ist doch unschön, ist das. Gibt es da hinten noch was? Ja, so ähnlich. Gut. Das konnte man sehen. Dass es da nicht weiter geht. Das ist schon richtig so. Ja, ja. Sie haben beim GameCube doch schon einiges verbessert. Findest du? Ich weiß nicht. Ich finde, die hätten das 1 zu 1 so umsetzen können. Wäre keinem aufgefallen. Ich meine, bisher habe ich im Chat auch nur gelesen. Boah, das ist ja genauso wie Star Fox Adventures. Wo sind denn da die Unterschiede? Also, offensichtlich scheint es zu funktionieren. Ja, ja, ja. So. Ah, guck mal. Das Ding ist tatsächlich gewachsen. Ich bin ja begeistert. So. Die Höhle hinter dem Wasserfall. Und hier ist... Ein Pilz. Okay, wie viele brauchen wir jetzt noch? Drei. Kannst du bitte weggehen hier? Nur so eine Idee. Kann ich da einfach was pflanzen? Nein. Ja, okay. Das sieht nicht richtig aus. Aber es funktioniert. Dann will ich mich auch nicht beschweren. Sehr gut. So. Hühnenstein. Vielleicht. Aha. Oh. Ja, gut. Alles klar. Was ist das? Hallo? Ist hier der Bazar? Ich habe Angst. Ich habe mächtig Angst. Was ist das? Hä? Okay. Ich habe keine Ahnung. Es ist... Es ist eine Höhle. Gut. Wir haben die Höhle erforscht. Huh. Sie erhalten 100 Erfahrungspunkte. Babidabidabidabidabidab. Ach, Mann. Ist das süß hier. So. Oh, guck mal. Noch eine Höhle. Oh, hier schläft wieder einer. Ja, gut. Okay. An dir komme ich jetzt wahrscheinlich wirklich nicht vorbei. Die haben aber auch alle einen festen Schlaf hier. So, was ist das hier? Tricky, kannst du hier zufälligerweise... Ne, Feuer spucken kannst du noch nicht, ne? Hm, schade. Was ist das hier? Gut. Weiß man ja immer nicht. Deswegen sollte man lieber da hingehen. So, den Hühnenstein. Ja, ja. Das verstehe ich. Und sehe ich ein. Aber will ich überhaupt zu dir? Eigentlich will ich doch Pilze sammeln. Das ist doch bestimmt für Trickys Feuerfähigkeit, oder? Dieses ganze Efeu-Gedöns. Dass man das dann los wird. Bestimmt. Oh. Äh. 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 Kompliziert. Hier ist nichts. Du musst Tricky erst sagen, dass er Feuer spucken kann. Ach so, stimmt. Irgendjemand muss es ihm ja mitteilen. Ach so, junger Prinz. Sie können übrigens Feuer spucken. Ach was? Echt? Okay, dann mach ich es ab sofort einfach. Du-di-du. Wenn doch alles im Leben so einfach wäre. Du musst jetzt übrigens deine Doktorarbeit schreiben. Oh, okay. Echt? Dann mach ich es jetzt einfach. Alles klar. Danke, dass du es mir gesagt hast. Irgendjemand. La-la-la. So. Ähm. Ist das da hinten auch eine Höhle? Kann Tricky gerade auf dem Wasser laufen? Sah so danach aus. Gut, hier kann man nicht rein. Schade. Aber das hier sieht interessant aus. Das ist aber nur ein Ausgang von irgendwas. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir hatten doch unten... Ich will noch nicht zum Hühnstein gehen. Wir hatten doch unten noch irgendwie eine Höhle oder so, oder? Oder war es das jetzt schon mit den Höhlen? Hätte ich nicht noch irgendwo... Irgendwo was wegbomben können? Hier oben ist nix. Okay, jetzt haben wir schon zwei von den Dingern. Alles gut. Ich will nichts gesagt haben. Lassen Sie sich super easy einsammeln. Hier vielleicht? War hier was? Ist auch so wie ein Motor, den man da einfach anwirft. Nen, 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 nen. Grr, 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 grr. Aber gut, ich will es ihm nicht verübeln. Ich habe mich getäuscht, ne? Hier war sonst nichts weiter, was man hätte... Ja gut. Dann gehe ich halt auch jetzt zum Hühnstein. Hilft ja nichts. Dann sind die restlichen Pilze bestimmt hinter den... Barrieren mit den Efeu-Ranken. Und dann müssen wir Tricky jetzt erstmal beibringen, dass er vorher spucken kann. No one visits me anymore. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. So, hallo, mein gutes Name. Ich weiß, was du meinst. Jetzt, wenn du das, dann kannst du mit deinem Freund, Kriss. Oh, dann kannst du in die Cave von einem 20-Jährigen collectiv-Akrosso-Aspin, und du bist auf Warlock-Mount. Jetzt, du kennst, was ich mache. Also, hurry up, und mach deine Wahl. Shop? Shop. Gut. Warum nicht? Oh. Hallo mein Herr. Ich glaube ich kenne sie. Okay, sein Stimme ist auch weitestgehend identisch. Cool. Yay. Jetzt hoffe ich nur noch auf sein legendäres You pay this much. Und dann bin ich glücklich. Ah schade, hier ist kein Geheimnis. Kein Secret. Äh, gut. Sein komisches Minispiel ist wahrscheinlich auch hier unten, ne? So. Bei der Bazaar also eigentlich unter dem Hühnenstein. Eigentlich ja. Aber der Brunnen hier leuchtet auch so komisch. Also. Aha. Okay. Also. Als Hilfestellung quasi. Mittlerweile, oder, ne. In Star Fox Adventures bekommt man hier immer die Cheat Tokens. Wofür man sich schwachsinnige Sachen holen kann. Und, ähm. Hier geben sie einem Hinweis. Hier geben sie einen, einen Hinweis. Okay. Hätte da was kommen sollen? Vielleicht. Herzlichen Glückwunsch. Dieses Feature wird erst in der Vollversion freigeschaltet. Wir nehmen aber trotzdem ihre Bezahlung schon mal dankend entgegen. Na gut. Ah ja. Hätte ja klappen können. Ich bin ja begeistert. Und auch hier kann man hemmungslos falschen. Oh, das ist ja toll. Und das funktioniert genauso bescheuert. Haha. Gut. Okay. Was hab ich jetzt gekauft? Was hab ich jetzt gekauft? Die Bombenspuren? Ne. Die hatten wir doch vorher eingesammelt. Was hab ich denn? Was hab ich denn? Ne. Das mit der Belohnung für die T-Token habe ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig verstanden. Aber vielleicht soll ich einfach noch ein paar Parts weitergucken. Ähm. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich es zum jetzigen Zeitpunkt schon erklärt hatte oder nicht. Ich habe dann selber im Wiki das nochmal nachgeschlagen. Also du schaltest dann einfach nur so ein paar Zusatzsachen im Menü frei. Also irgendwie so, weiß ich nicht, Soundtests oder solche Geschichten im Hauptmenü. Und dann sind einige, ähm, ja geben dir einige Cheat-Tokens einfach nur irgendwie so einen sehr nebulösen Text, der irgendwas mit dem Starfox-Universum zu tun hat. Also entweder mit Adventures noch direkt oder einfach nur mit dem Starfox-Universum. Äh. Ist irgendwie nicht so ganz ausgereift, die ganze Geschichte. Aber egal. Hier sind noch erstaunlich viele Plätze frei. Heißt das, der Bazaar füllt sich tatsächlich mit der Zeit, anstatt dass einem direkt gleich alles angeboten wird? Scheint einfach so... Oh, was ist das denn? Das ist ja super. Das ist ja super. Okay. Ähm, cool. Also eine Art Netz oder so und... Was ist das? Nein, das ist zu hoch. Nein, das ist zu hoch. Nein, ich brauche kein Business von Cheatskates. Ah, ich finde das super. Okay. Aber ich kann weiter mit dir falschen, oder? Ich werde richtig rausgeworfen. Ich werde hier richtig rausgeworfen. Das ist ja lustig. Okay. Das ergibt nämlich irgendwie auch viel mehr Sinn als die Geschichte, wie es dann, ähm, Starfox Adventures ist. Weil da kann man dann ja immer sofort einfach wieder drauflos falschen. Das ist ja super. Hm. Ja gut, aber wahrscheinlich haben sie sich das dann selber gedacht. Ist mächtig nervig, wenn man immer wieder rausgeworfen wird. Aber es ergibt halt so viel Sinn, dieses Feature auf einmal. Das ist ja genial. Okay. Ja gut, aber ich... Hä? Ich verstehe jetzt trotzdem nicht so richtig. Äh, wollen wir einfach mal zu Crystal wieder rüber wechseln? Mal gucken, was bei ihr so abgeht. Weil ich hab ja keine Ahnung, was ich jetzt hier großartig machen soll. Dann hüpfen wir jetzt noch ein bisschen mit Crystal rum. Nicht du wieder. Aber er hat ja zum Beispiel auch Saber gesagt. Obwohl unser Charakter sich eigentlich schon als Fox vorgestellt hatte. Bist du bereit, um Crystal zu Crystal? Ja klar. Blups. Hallo Crystal. So, und was können wir jetzt mit ihr machen? Beziehungsweise was ist das jetzt für... Oh. Totem Fall? Die Musik ist ja aber fetzig. Geht einem wahrscheinlich nur irgendwie nach zwei Minuten auf den Sack. Ja gut. Dynamische Musik. Passt dich an, je nachdem wo ich mich befinde. Was ist das hier für ein Gebiet? Ich kenn das halt nicht. Soll ich hier was sein? Was, was, was tue ich hier? Toll. Lab, dub, 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 dub. Wie komm ich aus dem Wasser raus so? Ja. Ist das hier irgendwas? Nee. Umso auffällig. Ich brauche irgendein Item. Hier kann man bestimmt dann die Fackeln anzünden. Dafür brauche ich dann aber diese komischen Brennbüschel bestimmt, oder? So. Okay, hier können wir generell unsere magische Energie auffüllen. Sehr schön. Also irgendwas muss man in die Totem-Fehle einsetzen. Sie findet auch Pilze. Obwohl sie keinen Tricky hat. Wo geht's hier lang? Ich glaube, das sollte damals auch so eine Art Feature sein, oder beziehungsweise das sollte das Interessante sein, dass man zwischen Charakteren wechseln kann. Also bei Saber sollte es immer ein bisschen kampflastiger sein und bei Crystal eher ein bisschen rätsellastiger. Wenn mich nicht alles täuscht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das macht Pling. Das ist interessant. Dass der nicht einfach durchfliegt. Was ist das? Könnte alles sein. Gold, Harz, Honig. Whatever. Keine Ahnung. Du, 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 du. Ist eigentlich fast schade, dass die Crystal dann so wegrationalisiert haben. Oder? Ich meine, es ist halt so blöd, weil sie ist wirklich ein halbwegs interessanter neuer Charakter. Ist ja auch mit irgendwie das Beste, was Star Fox Adventures, glaube ich, auch hervorgebracht hat. Und dass sie dann halt leider in Star Fox Adventures so verschwendet wurde, weil sie einfach nicht genug Screentime bekommt. Das ist halt irgendwie schade gewesen. Hm. Tja, weiß ich auch nicht. Scheint so, als müsste ich ja auch erst irgendwas machen. Von weitem sah es halt irgendwie aus wie so eine Art Mammut oder so. Der Snowhorn-Tempel? Pff, keine Ahnung. Hm, 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 hm. Tü, tü, tü. Kann ich euch vielleicht einfach so anschießen? Was auch Blödsinn, ne? Es ist schon etwas, was man wo man etwas einsetzen einsetzen kann. Entschuldigung. Ja, ne. Teilen sich Fox und Crystal die Geldbörse und den ganzen Kram? Offensichtlich nicht. Zumindest das Item-Menü teilen sie sich nicht, weil ich kann die Gegenstände nicht aufrufen. Sie hat aktuell keine Pilze im Inventar. Aber es ist nicht schwachsinnig. Moment, wir hatten doch einen Pilz eingesammelt. Mit ihr. Warum habe ich auf den keinen Zugriff? Das ist strange. Guck mal hier, auch ganz viele Pilze? Kann das Menü nicht öffnen. Dann brauche ich die Pilze auch nicht sammeln. So, und was ist das hier? Ich dachte, da könnte ich durchgehen. Ah. Ah. Das ist außerhalb des Lightfoot-Dorfes. Und Fledermäuse. Die ich nicht töten kann. Yay. Die mir aber auch keinen Schaden verursachen. Das sieht alles so weird aus hier. Wo bin ich hier? Oh, Gegner. Okay, wir bekommen noch ein bisschen was zu tun. Die grunzen richtig schön. Wie schöne kleine Feinde es auch tun müssen. Die Musik hier ist hübsch. Ah, Cup Claw. Oh. Hallo. Na? Kann ich dir irgendwie helfen? Vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht stürze ich auch ab. Ich möchte mit dir reden. Reden. Nicht reden? Keine Lust auf reden? Ich habe keine Lust auf reden. Also mit Anvisieren klappt es jedenfalls nicht. Doch, jetzt. Be careful of the water. Okay. Schön. Er hat leider keinen Sprecher bekommen. Schade. Naja. Du, 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 du. Mhm. Sim, er hat eingesperrt. Ich glaube, das ist ein kleiner Lightfoot. Ich weiß auch nicht, was der Gedanke dabei war, wenn man die Star Fox Marke über das Spiel legt, dann den zweiten spielbaren Charakter fast komplett aus dem Spiel als spielbaren Charakter zu streicht. Äh, ja. Miyamoto. Der Schwerpunkt war dann irgendwie halt darauf, ein Star Fox Spiel zu machen. Und den Rest dann irgendwie so zusammen zu kürzen, dass es passt. Also, ich bin immer noch ein großer Fan von Star Fox Adventures, weil, weiß nicht, ich finde das Spiel schön und, ähm, mir hat es total gefallen, halt dieses Action Adventure ähm, mit der Star Fox Lizenz zu spielen. Aber ich glaube, ich hätte mich damals als Kind auch nicht über Dinosaur Planet auf dem N64 beklagt, wenn es halt ohne bekannte Charaktere gewesen wäre. Und wenn das Spiel so mit Saber und Crystal rausgekommen wäre, naja gut, okay, nachdem Rare von Microsoft gekauft wurde, ist vieles dem Bach untergegangen. Aber, äh, theoretisch, wer weiß. Vielleicht hätte es dann, heutigen Tags noch ein, zwei Nachfolger oder so gegeben. Wo wir dann mit Saber und Crystal durch die Gegend streifen dürften. In schicker Next-Gen-Grafik. Okay, das sah, das sah weird aus. Dieses Grinsen von hier. Aber gut. Hoppla. Ihr Kopf hat dann teilweise auch ein bisschen was von einem Eichhörnchen oder so. Mit diesen aufgeplusterten Backen. Puh, als ob ich den übelsten Endgegner besiegt hätte. Dieses Sound-Effekt. Meine Fresse, ey. Lass mich raten, ich komme hier sowieso nicht weiter. Aber für was ist jetzt der Baumstand? Ah, halt, Moment. Oh, oh, der Baumstand. Nö, jetzt sagt mir nicht. Ja. Nachdem ihr das hier gesehen habt, habt ihr bestimmt total Bock auf einen richtig schönen N64-Abend, oder? Mit so richtig schönen N64-Highlights. Die so richtig schön gut spielbar sind. Auch in der heutigen Zeit noch. Was genau habe ich hier getan? Das ist physikalisch so nicht möglich. Was sollte das hier mit dem Baumstand? Verstehe ich nicht. Da, da, da. Was willst du denn? Shiny things, hä? Nobody enter K. K. Unless maybe girl has something to kill. Also, das heißt, wir könnten nicht mal irgendwie danach suchen. Also, sofern es irgendwie verbuddelt ist. Oh. Oh, also hier richtig... Hier gegen anschwimmen ist schwierig. Oh, da unten scheint aber irgendwas zu sein, ne? Ist ja bestimmt irgendwas... ...was so Richtung Rätsel geht oder so. Könnte ich mir vorstellen. War das gut, jetzt hier ins Wasser zu gehen? Oh, war es nicht. Sie kann nicht. Sie kann nicht unendlich lange schwimmen. Game over. Do you wish to save? Yes. Sehr gut. Game over. Continue playing? Yes. Das kam ein bisschen ohne Vorwarnung, offen gesagt. Oh. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Das ist ja... Herz aller liebst. Ja. Also in jedem Fall, es ist ein interessantes Stück Spielegeschichte. Das mal so zu sehen. Und sich der Unterschiede einfach mal so bewusst zu werden. Und... Auf die Art und Weise kann man auch mal so wunderschön tatsächlich mitverfolgen, wie so ein Entwicklungsprozess aussehen kann. Von der ersten Idee bis hin zu dem fertigen Endprodukt, was wir als Kunden tatsächlich bekommen. Und das halt über eine Konsolengeneration hinweg. Also, wie gesagt, das fing alles hier auf dem N64 an und das fertige Spiel haben wir dann auf dem Gamecube bekommen. Und vieles ist ähnlich, aber... Unterm Strich dann halt doch nicht identisch. Sondern es wurde immer wieder modifiziert und geändert und irgendwann halt so... Wie es halt heute ist, damit es dann irgendwie passt. So. Und das Wasser lohnt sich dann ja nicht wirklich. Es wäre halt die Frage, ob ich irgendwas... Da bei dieser weißen Textur... Da könnte wieder irgendwas versteckt sein. Ah. Mit dem Baumstamm ist vielleicht noch irgendwas, aber... Das sah so dämlich aus, wie der da irgendwie... Hing. Dass ich auch nicht so richtig weiß. So. Und das hier... Ja. Ist ja eigentlich so... Ein Cressor-Symbol halt. So. Der Baumstamm ist immer noch da. Kann man das in dem Zustand überhaupt durchspielen? Wahrscheinlich nicht. Ähm. Haben die Leute, die das Ganze veröffentlicht haben, aber auch dazu geschrieben. Also so wie es jetzt ist, ist es halt einfach noch zu... Zu buggy und zu unfertig. Aber fähige Leute könnten ja weiter dran schrauben. Und versuchen, das irgendwie spielbar zu machen. Also durchspielbar zu machen. Wer weiß, was da in den nächsten... Monaten oder Jahren dann eventuell noch kommt. Wenn ein paar Leute sich finden, die da nochmal ein bisschen dran schrauben. Sie will nicht über die Kante hüpfen. Aber wäre auch zu blöd. Ich hätte halt gedacht, dass ich irgendwie von hier oben auf den... Auf den Baumstamm drauf hüpfen muss. Dann halt nicht. Ja, von hier unten auch kann es ja wahrscheinlich auch nicht anvisieren. Das kann ich ein bisschen anschießen, aber... Deswegen eher auch nichts. Ja, weiß ich auch nicht. Das Glänzendes haben wir nicht. Das heißt, dem Torwächter kann ich nichts geben. Hier hinten geht es eher nicht weiter. Ich glaube irgendwie, das mit Crystal ist eine Sackgasse. Wahrscheinlich hätte ich doch mit Fox weitermachen sollen. Aber da habe ich ja auch nicht... Da habe ich ja auch nicht gesehen, was ich mit den... Oder wie ich die restlichen... Weißen Pilze zusammenbekomme. Als ich vor einem E-Vol-Kranken stand und das Kommando von Tricky aufgerufen habe, das Kommando-Menü, da war jedenfalls nichts mit Flammen zu sehen. Das heißt, ich gehe tatsächlich davon aus, dass man das eher erst lernen müsste. Es kann natürlich sein, dass ich eventuell irgendwelche Gegenstände vom Bazar mir dann tatsächlich kaufen muss. Dass man sich vielleicht irgendwelche Scarabs jetzt erfarmen müsste oder so. Und dass es dann auf die Art und Weise weitergeht. Ja, aber wissen Tui's halt nicht. Ist es eigentlich seine Zunge, die da raushängt? Oder? Ne, das ist einfach nur Seetank, den er frisst. Okay. Da, da, da. Na gut. Aber so ein ganz kleines bisschen läuft uns jetzt auch die Zeit davon. Weil ich habe quasi mein Ende des heutigen Streams, glaube ich, gleich erreicht. Aber wenn man sieht, dass sie die Crystal-Abschnitte komplett gestrichen haben oder vielleicht dann an Fox abgegeben haben, damit es ein komplettes Starfox-Spiel sein kann, merkt man, dass bei der Entscheidung, es zu einem Starfox-Spiel zu machen, wenig darauf geachtet wurde, ob man sich nicht zu weit von der eigentlichen Idee des Spiels entfernt. Ähm, naja, ja, also man hat sich halt zumindest von diesem Zwei-Charaktere-Ding total verabschiedet. Und hat dann, äh, sich so gedacht, Edgy Badge, äh, Fox ist der Protagonist und dabei soll's noch bleiben. Und unterm Strich ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher zu handeln, als wenn man hätte versuchen wollen, zwei Charaktere zu machen, die ungefähr gleichwertig sind. Abenteuer erleben. Ist ja, glaube ich, auch nicht so einfach. Weiß ich halt nicht. Was jetzt auch, weiß man unterm Strich halt einfach nicht, was jetzt besser oder schlechter ist, ne? Weil, wir kennen's ja jetzt nur so, wie es hier ist. Das ist jetzt nicht, das reicht mir jetzt nur nicht, um das Feature komplett bewerten zu können. Also zum einen ist es, so wie es jetzt momentan ist, ist es vor allem irre verwirrend. Und dadurch, dass ich nicht weiß, wo ich so richtig hin muss und mir keiner so richtig sagt, wo ich hin darf. Am Anfang wurden noch relativ viel erklärt, aber mittlerweile wird man so ein bisschen alleingelassen. Ist aber vielleicht auch der Version geschuldet, weiß ich nicht. Die Musik ist jedenfalls irgendwie mein Highlight. Okay. Ähm. Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Ich glaube, wir belassen es dabei. Äh, war jedenfalls ein sehr schöner Ersteindruck von Dinosaur Planet, so wie es, ähm, auf dem N64 eventuell hätte herauskommen können. Mit ein bisschen mehr Entwicklungszeit und Feinschliff. Wobei, wie gesagt, das hier ist der Stand vom 1. Dezember 2000. Das N64 war Ende 2000, naja, naja, nur nicht tot. Also da kamen so Sachen dann so langsam raus. Ich glaube, 2001 kam noch Paper Mario raus, hierzulande, ne? Aber dann war es schon langsam echt dünn. Also, da war nicht mehr viel. 2002 war dann ja der Gamecube am Start. Hm. Naja, egal. So, ja, ähm. Ja, danke auch fürs Zuschauen. 2001 kam Conker's Bad Fur Day raus. Ah, okay. Ja gut, das war ja auch eines der letzten großen Spiele. Ähm. Nicht allzu großer Stückzahl. Und, äh, schweineteuer. Aber egal. Ähm. Naja. Gut. Äh, wie gesagt, danke fürs, äh, Dasein und fürs Zuschauen. Und fürs Mitentdecken. Ähm. Mal gucken. Weiß ich nicht. Vielleicht gucke ich mir nochmal bei anderen Leuten an oder so. Ob die jetzt dann vielleicht auch rausgefunden haben, wie es ab der Stelle hier weitergehen würde. Ähm. Dann überlege ich mir vielleicht nochmal, ob ich nochmal was dazu zeige oder nicht. Ansonsten. Ja. Soll es das dann für den Moment, äh, gewesen sein. Ähm. Morgen werde ich wahrscheinlich nicht streamen. Und Freitag und Samstag brauche ich, um Apollo Justice weiter aufzunehmen, damit es mit dem Let's Play endlich weitergeht. Äh, ja. Also wahrscheinlich diese Woche dann kein Stream mehr, aber dann ab nächste Woche hoffentlich wieder ein bisschen mehr. Äh. Ähm. Gut. Dann wünsche ich euch an der Stelle noch einen wunderschönen Restabend. Äh. Habt eine gute Zeit. Und falls wir uns nicht mehr hören sollten, dann, äh, schon mal eine schöne Restwoche. Und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Wäre zumindest ganz schön. Ich sag für den Moment dann jetzt aber erstmal wieder tschö mit ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald. Und dann, äh, schon mal wieder tschö mit ö und hoffentlich wieder tschö mit ö und hoffentlich wieder tschö mit ö und hoffentlichen.